Maskengegner drohen derzeit Lehrern in Schreiben an Schulleitungen mit strafrechtlichen Konsequenzen, wenn sie sich der Maskenpflicht an den Schulen nicht widersetzen. Als angebliche Elternvertreter fordern sie aufgrund einer im Dezember vergangenen Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zur Maskenpflicht Direktoren und Lehrer auf, den Vorgaben der Schulbehörden zu widersprechen. Sowohl Schulbehörden als auch Personalvertreter sehen dafür aber keine Grundlage. Der VfGH hat im Dezember entschieden, dass die Verordnung zu Maskenpflicht und Schichtbetrieb im Frühjahr gesetzwidrig ist. Das Bildungsministerium hat demnach seine Entscheidungsgrundlagen für diese Maßnahmen in der bereits außer Kraft getretenen Verordnung nicht nachvollziehbar darlegen können. Seit dem Beginn dieses Schuljahres gelten allerdings neue Rechtsgrundlagen zur Maskenpflicht. Auch gegen diese ist bereits geklagt worden. Sie sind allerdings nach wie vor in Kraft. Die Maskengegner versuchen nun die Lehrer dazu zu bringen, dagegen zu remonstrieren. Sie sollen also ihre Vorgesetzten darauf aufmerksam machen, dass sie deren Weisung für rechtswidrig halten. Diese müssen diese dann schriftlich erteilen. In der Wiener Bildungsdirektion bestätigt man gegenüber der APA, dass zahlreiche Schulen solche Schreiben erhalten haben. Diese seien jedoch nicht zu beachten. Die derzeitige Maskenpflicht beruhe auf einer anderen Rechtsgrundlage als die vom VfGH aufgehobene. Auch Personalvertreter appellieren an die Lehrer, den Schreiben nicht nachzukommen. Abgesehen von der neuen Rechtsgrundlage komme eine Remonstration auch nur gegen die Weisung eines Vorgesetzten in Betracht. Die aktuellen Hygienevorschriften seien dagegen eine Verordnung.